Hasingadagagagagage yeeeeeeyeyeyeyeyeyeyeyey! Und LAMALADAGADA! PUBG! Weiß ich euch jetzt nicht. Es sind drei Teams dabei, by the way. Ich weiß, wenn die Leute sich diesen Anfang angucken... Ein Team hundert uns. Ich hab absolut schlechten Shoot dafür, leider. Ja ich glaube ich zieh nach hinten, Linker Halle. Linker Halle. Ich bin echt tot. Baby, Baby. Was? Ne, der cheatet. Der muss ja cheaten. Ich glaube auch, der cheatet. Aber lass ihn am Leben noch. Was? Weil er ein schlechtes Gewissen hat. Ja! Der cheatet. Der Typ wäre eigentlich an mir vorbeigelaufen. Warte, warte, warte. Bei uns drin. Chat, ich will jetzt fast, dass wir sterben, damit ich mir die Deathcam an gucken kann. Einer ist straight green. Hey, du hast einen Cheater geholt. Oh, du hast einen Cheater geholt. Immer noch bei mir einer. Rennt rüber. Outside. Heilt sich gerade. Piekt. Stark. Mich flasht da, ey. Er ist für Fischi. Er ist für Fischi. Wo ist Fischi? Da. Hilfe. Ich konnte gerade nichts machen. Ich glaube, ich kann kein F drücken. Ich glaube, ich kann kein F drücken. Oh doch, ich kann. Oh, du hast Glück gehabt, Fischi. Hab ich ihn gerade richtig genommen? Hä? Oh, du hast gerade nicht gesehen, was ich gemacht habe. Ich habe es gesehen. Kannst du hinter der Kiste gehen? Hinter der Kiste. Oh nein, jetzt kriegst du Gamer nicht mehr. Doch, 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 doch. Ich schaffte auf ganz entspannt. Auf ganz entspannt? Und ich flicke einen Raum weiter und dann rechts. So, Lux. Merci. Wir haben gerade selber Fall. Ich ziehe mich ein bisschen zurück. Du brauchst einen Fischi. Du brauchst einen Fischi. Die Kiste bin nicht so lux. Danke sehr. Das eine Team ist vielleicht dead. Ja, ja. Ich habe es, glaube ich, gehalten. Du brauchst nicht flüstern. Ein bisschen. Ist alles gut. Okay. Ich werde die uns nicht hören. Okay. Pssst. Nicht so laut. Leise. Wie laut du flüsterst, Alter. Hör mal auf jetzt. Das tut mir leid. Voll eklig, Alter. Der war wirklich feucht. Lass mal hier hochgehen. Stimme mal vor, man redet eine komplette Runde so. Das geht nicht. Das geht nicht. Jetzt kommt, jetzt kommt, 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 kommt jetzt. Ey, ihr kommt nicht gleich zu mir. Ich schwöre, mein Gott. Ich stehe gleich durch. Wir gehen jetzt alle da aus. Wir gehen jetzt alle da aus. Pssst. Jetzt kommt so laut. Wir auf rot. Rot. Der Marker. Ja, okay. Lauf jetzt. Ich hab noch keinen red dot. Pssst. Nimm mal red dot. Auf da. Ich bin auf dem Weg. Iron side geht auch mal. Ja. Ich hab Polo. Guck mal. Sehr gut. Hier ist gelootet. Aufpassen, Kollege. Ja, ich weiß. Kollege. Ich bin hier geschnitten. Ich bin hier geschnitten. Der Kollege von Zulux. Guck mal hier. Ich hab seinen Chip schon. Ach, der ist ja da oben. Kann sein, dass der... Ja. Was denn? Der Fight ist nicht mal vorbei. Was erzählst du denn? Lass uns da rausgehen. Schnell. Zulux. Dein Kollege hat gelogen. Oh Mann ey. Nicht so laut. Diggi. Nicht so laut. Diggi. 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 Mach jetzt nicht Rambazamba. Du musst schlau spielen. Die haben schon nen Fight verändert. Ich dachte, die schießen nur leise. Jetzt. Passier dich mal bitte. Nö. Vor dir. Warum hier? Ja. Ich glaub, ich hab halt Steps vor dir gehört. Ich glaub, kannst du mal schießen. Bevor du rum... Ah, zu spät, zu spät. Nein, 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 nein. Da hinten, da hinten. Geh. Wissen die von uns? Nein, die wissen nichts von uns. Gleich hat er mich gesehen. Nein, 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 nein. Steps close vor mir. Ja, der geht hinter. Vielleicht holen die Comeback. Einer am Auto. Knockt. Am Auto knockt. Dein Kollege war dahinter. Zugriff. Scheiße. Warum Scheiße jetzt? Ich weiß nicht, wie das Spiel geht. Ich weiß nicht, wie das Spiel geht. Er heilt ihn wahrscheinlich. nicht. Einer zwischen den Banken. Noch einer knockt. Bei dir drin, Solux. Kommt links. Der ist hier! Hinter dir! Das ist nur noch der Letzte. Das ist nur noch der Letzte. Das ist nur noch der Letzte. Das ist nur noch der Letzte hier. Auf meinem Buddy. Auf meinem Buddy. Stark, stark, stark. Jetzt könnt ihr schnell unsere Chips und zurückholen. Ja, 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 ja. Auf meine Leiche. Oh, war die Nate geil. Habt ihr die Nate? Nee. Der ist ja so Benny Hill-mäßig hinterher gelaufen. Ja, der. Ich hab die Nate vorgekocht gehabt. Hätte er mir geworfen. Aber ich hab den nicht mehr erwartet. Aber du hast Zeit machen mit Smokes. Nee, zuguck. Bitte nicht meine Leiche looten. Oh mein Gott. Nein, hab ich den nicht eingern. Zu gut. Ich hab mich mal gerufen. Ich hab mich mal gerufen, dass du du hast. Wenn ich das nicht verloren kann. Ich werde da 100% auf meine Leiche landen. Du solltest auch da landen, warte. Drei Leichen. Okay. Puh. Ja, okay. Muss man beim Repairen stehen bleiben? Ist das denn für ein Quatsch? Ja, natürlich. Das ist ja voll dumm. Hast du schon meine Helme repariert im Laufen, Alter? Du kannst aber geduckt und im Liegen machen, glaube ich. Okay. Repräscht auch den Autoron ab, wenn du rechts-links läufst jetzt. Mit AD. Ich glaub, warum bist du Schrägvisier? Weil ich noch keinen Red Dot hatte. Aber warum lootest du die Leichen dann nicht? Die Leiche hier, wo ich dran stehe, hat noch einen Red Dot. Ich war erstmal meine Kumpels holen. Jetzt gehe ich looten, okay? Ja, guck mal, dein Kumpel sorgt sich. Einmal sind deine Kumpels. Aber Kumpels verkauft man nicht. Für 50 Sub, na klar, Alter. Nein. Ich hab dich ja wieder geholt. Hey, ihr lootet meine Leiche. Ich sag's euch ehrlich jetzt. Ist ja gut jetzt, Mama. Find ich doch gar nicht. Na, ich weiß es grad nicht. Es verunsichert mich grad alles hier. Du bist aber immer verunsichert. Das ist ja nichts Neues irgendwie. Das liegt am Alter. Ich hab' mir nach das Skopring gelegt. Das ist ein Schmutz. Ja. Oh, wo sind wir da hin? Oh mein Gott. Oh, du liegst dir. Irgendwo liegst da. Ne, ne, ich hab' grad... Was denn? Was denn? Auto? Alles gut. Auto? Aber die fahren vorbei, schieß sie bitte nicht an. zwei autos die fahren nämlich komplett vorbei ja nicht dass sie da jetzt halten die fahren durch wie wir sehen das so ich wollen unsere höhe besser als die fahren die fahren auf grün auf blau auf jeden fall ein fahrbares gefährt haben wir in der garage neben dir so erst mal die leichen du erzähl am besten hier liegen liegen alle hier und hier auf grün mark schwer schießt da gerade ich nicht erinnern von uns wo ich habe gerade dann irgendwelche komischen schutz da waren auch schutz aber nicht bei uns die waren fahrfah fahrfah und sechsfach ganzer ludweg ich bin neuerdangst fünf bisschen folgt haben so naja was haben folgt schild und schild ja hier du bist auch hier sondern da müssen wir so ein vogel jeder mal weg man ja ich brauche auch nur ja ja wochen mit licht hier vorne draußen ich kann ihn noch ein heim retten ich kann ihn noch ein heim ganz machen er hat schon heim er hat schon heim sorry pro ok sind wir ready ich setze mich jetzt hier ein paar booster habt ihr habt ihr jemanden booster viele ich habe 1 5 1 10 ja was ich nicht was nicht was ja ja lass mich doch mal die heilung ja ich hab doch nur die ich mich nicht an ich habe glaube ich gerade was vergessen zu looten warte passiert ich nehme die mk hier jetzt noch jetzt mal gesehen so viele nades schon wieder ok jetzt bin ich ready ja ich auch ich war heute bei subway hat mir was holt und habe keine white macadamia nut cookies dazu genommen äh krass oder was ist daran besonders jetzt ich halte nicht an ich halte nicht hier an ich weiß ihr seid gierig ja aber du das ich bin mir nie äh oh mein gott wer schießt denn lass ihn doch schießen ich bin ein gegner sag mal was machen meine beifahrer ich habe gar nichts gemacht ja das ist es ja auch also jetzt mal ganz im ernst ist er dann auch noch lustig oder was alter zwei sekunden jetzt langsam reicht es ein bisschen schon wer schießt denn warum schießt ihr nicht ich habe immer gehört der hat sie erst schon zu verliert dann kriege ich auch noch wieder aufs maul ey äh center ist ja ich muss mich erstmal heilen hier während ich fahre center ist taken brauchst du taschentücher ja ja ich warte wenn ich anhalte irgendwo hier anhalten du dann gibst du mir eins du gibst du gleich ein feucht halt du aber die bitte von mit tempo von tempo und mit dings äh kann man ihn brauchen ok sonst brauchst du mir gar nicht zu kommen digi sonst brauchst du feucht 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 sag mal was war das grad blitzt oben und dann ist man häuser hier taken ist ne da was gleich kommt auch wenn die häuser clean aussehen ist egal hier links sieht es auch relativ frei aus ne mhm ich glaube ich gehe auch mal richtung blauen stück mhm c du hm ich guck für dich was ne ich sehe da niemanden auch nicht gondola witzigerweise könnten wir gleich eigentlich Richtung gondola fahren und von dort rausspringen wenn die zone so ekelhaft wird die zone wird gut werden die zone wird gut werden kann mich jemand reparieren eigentlich ja wo kannst du meinen helm reparieren ja nein pischi so ein hampelmann heute also das ist unglaublich ey einmal bitte helme danke was ist denn was ist denn ich glaube du bist ein bisschen ein paar neue ne ja und du fragst dich warum es schießt noch auf blau outside der zone direkt an den häusern kommt ein airdrop mal also müssen da gegner sein hm 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 Euer that was Warte. Digi, gib doch mal Gas. Ich warte auf euch. Verschaffen wir das vom Climing her. Halt ihn mal auf! So dick bin ich jetzt auch nicht. Alter. Schnell, schnell, schnell! Oh Gott, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ich schaff's, ich schaff's. Mann, ey, wie kann man nur so viel Panik verbreiten? Halt aber der Maul! Du hast doch die ganze Zeit Panik abschieben, ey. Warum hab ich so wenig FPS jetzt hier? War ich so fett bei dir? Alter. Ich hab nur noch eins, drei Büsse. Ich hab nur noch 90. Plan, gelb, äh, rot. Ich hab, ich hab, ich weiß nichts von Plan. Plan ist auf rot zu springen. Bitte, orange. Okay. Okay. Aber nicht früher. Da ist keiner drauf, aktuell. Okay. Du sagst. Alhamdulillah. Und das sind Erdrupps neben uns aufpassen. Ah, ja. Entfernt uns, Church. Äh, Church, Church, Church. Church? Ist ja was Verheftliches, das sieht auch frei aus. Ja, das war der Kompound hier. Boah, öffne mal bitte meine Tür oben. Schwarz, ne? Rot was taken, glaub ich. Glaub ich hab rot was zu sehen. Scheiße, wo hab ich jetzt das Ding hingeworfen? Da. Ich muss doch noch den Schrank aufmachen. Mach mal den Schrank mal auf, bitte. Aufmache. Kommt ein Auto-Silent von meinem Marco. Kommt ein Auto-Silent von meinem Marco. Wir dürfen den nicht einfach so laufen lassen, ne? Ich hab unten vor dem Schrank noch ein Schild hingelegt. Falls das jemand mitnehmen möchte. Hinten läuft was hinten. Grün. Wird nicht erlaubt im Dach sein. Orange Mark schießt auf uns. Ja, ja. Ei, du glückliche Wurst. Ich geh gleich rein. Ich bin tot vielleicht. Ja, die VSS. Ja, die VSS. Lass wohl ein Schild für dich da übrig. Jupp, perfekt. Wir haben Stress am Kompound. Orange. Ja. Wir werden von hinten angelaufen. Stark. Ja. Blumas. Das war nicht so. Ja, ich war nicht so. Ich will nicht vor mir gehen. Da geht's weiter. Wie war der... Der ist in der Smoge. Smoke. Schön. mein kollege kommt dahin, sein kollege ist auch hier wir können nicht beide hier spielen, wer auch immer mit mir hier oben ist, wir können nicht beide hier spielen was, das ist dein kollege laufen den hill auch vom compound in der grünen smoke oh god, ganz oben du bist noch keinem gekommen knock der typ, links das heißt nur noch der blau, der blau smoked, der muss jetzt, der läuft hier ist nur revive knock schön das war sexy wir sind noch außerhalb, ne wir sind noch inside heißt nur noch einer ab da oben der läuft, insta uff der hatte self-adie oh mein gott, der hat so kassiert jetzt lacht der ja noch aus neues team oben hä, close? ne, oben wieder, wo die eben gestanden sind oben, oben, einer ist hier hinter dem baum wir haben links links, guck mal links an dem stein an dem blauen knock, knock hier oben zu dem merk am baum knock es ist das letzte team einer hat knock von denen einer hat einen ghillie einen braunen der hatte self-adie ich hab ihn down schön das heißt die da ich bleib hier hängen nur noch bei einem das ist doch nicht letztes team doch doch ist letztes team kann ich rechts rum hinter die laufen irgendwie ich weiß es nicht die könnten dings haben sonst, maybe ist gleich einer vor mir guck mal ne 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 die waren alle drei da einer ist runtergelaufen einer ist runtergelaufen okay einer läuft jetzt runter gleich hier alter einer ist immer noch oben halb schottet nochmal body schottet knock äh fast knock sorry der ghillie suit ist das wir sind grad beide auf mich fokussiert das sind nur drei mann ne gamer du machst grad einen sexy move ich versuche abzulenken hat wieder headshot ich bin knocked fish kann zu mir kommen fish zu mir kommen aber warum denn ja weil ich knocked bin und gamer mach schon deinen move siehst du einer knock von denen weil ich safe rest bin weil ich safe rest bin der geht für eine revive na einer hält aber die wir haben oh wir haben druck jetzt oh oh das ist nicht gut wissen die von dir links was ne ne ich bin nicht mehr links ich brauche einen helmet irgendwie ich habe keine weste scheiße oh nein das war nicht gut einer 1 hp wo sind die wo sind die wo sind die wo sind die ich hab den pack alter ich hab den nie gesehen die pullen ja ja da hat wie heißt das wir haben gecheatet 10 mal 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 ab harte ich hatte ich hatte ich 日本 heute ja mann ich meine bis morgen